Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ralf Schütt und im heutigen Video geht es um das folgende Thema. Was ist die Mikrolage? Also zum Unterschied die Makrolage, Makrolage würde man sagen, das ist der Großraum Hamburg und die Mikrolage ist praktisch in der Straße. Dass vielleicht nicht direkt nebendran ein Kernkraftwerk steht. Eine Schule, je nachdem wie alt oder jung sie sind, nicht zu nah, nicht zu weit. Kinderspielplatz, Einkaufsmöglichkeiten. Bei Tim war das so, das war in der Schellingstraße in Eilbeek. Da ist das Wandsbeck-Carré, kann man in 6, 7, 8 Minuten zu Fuß hin marschieren. Da ist eine 30er-Zone, da ist ein grüner Innenhof, aber sonst so typisch Hamburger Wohnen. Ein paar Wohnungen nebeneinander und viele übereinander. So, das ist die Mikrolage. Baufinanzierung, Schütt.